ein moin und ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folie hier auf der auf der im projekt farm brothers auf der map mühlkreis mittelland meine freundin mit mir und die lieben aus der tv mit dem fabi hallöchen und mit dem festgehängt ich habe mich hier irgendwie festgefangen keine ahnung wie das geht oder kleine junge hilfe also jetzt geht es an die presse hier so meine liebenswürdige brauche hat mir gerade was zu naschen hierhin gebracht auch praktisch also farby der dsphäre wieder frei so ist nicht der scheffer oder was ja ja gut brauche aber nicht ich denke wir werden alles zusammen hier auf dem hof kurz dabei sein für das andere gerätchen ja gut moment mal wir haben noch nicht mal hier ein grasballen gepresst hallo das dauert noch ein bisschen ist doch gleich da dann musst du noch alle einsammeln also von daher bis wir den ersten ballen hier entwickeln hallo das dauert noch gehst du eine kurze zeit sagst du ja wir wiesen noch das heißt dass wir haben kann denn eigentlich heute nicht du hast was zu tun wenn du fertig bist war sie du darfst mit dem dingster genau links davon und ich habe ja gut aber zu lange pause das du kannst du kannst hier anhören ach du bist voll gleich ja ich mein vielleicht habt ihr schon ich bin gleich bei der ölmühle jetzt wird hier ordentlich gras durchgejagt jetzt kommt mir eine map in den sinn war schön wir haben doch im 19 hat das gemacht ging doch nicht so lange ich glaube das kürzeste projekt der war ganz ihm drei folgen ja gut ja bei chico welche gewohnt er kann auch in kurzen zwar auch nicht mehr aber nie fast zum ende zu starten war auch kurz nee ja fabi 8 die niedersachsen oder war doch die norddeutsche hat also gesagt da hat es fabi du hast es den gleichen feld wie hier der war norddeutsch da wo wir eigentlich nur silo gemacht haben genau das projekt ging ja auch nicht an das geht glaube ich gar nicht glaube ich zur ausführung ey lass mal was hast du gesagt den schlepper von fabi nee den kannst du nicht 1000 prozent du kannst es auslösen die beiden presse das weiß ich nicht er ist auch stehen gelassen das war schweizer nicht auf mich schuld geben ich dachte da wäre kein zaun weil aus dem blickwinkel sieht man den nicht achso da ist zaun aber du siehst du aus dem blickwinkel nicht wer ist denn jetzt denn ja hier auf die wiese rechts neben dir zwei schwaden das ist relativ schnell ah hast du schon gemacht aber ne ne das sind nur zwei schwaden aber die einfahrt ist halt hier hinten oh sie bin gleich da ich kann ja sagen was kollision hat immer die zwei pfosten um die einfahrt haben keine kollision der rest hat kollision damit du da halt besser rein kommst das problem daran ist ja das wo hat kollision hat manchmal nicht kollision und dann hat es wieder kollision doch doch sie kann dir das beschädigen ich hab ja keinen zammelt genommen ja aber du hast gesehen wie das ging ne ich hab ja gesehen wie du da da drin steckt ist du musst vielleicht den drescher anlassen was ist das kannst du es reinlaufen lassen was ich alles machen muss ist ja schon anstrengend ich hab ein fünf ballen sechs ballen pro bahn jetzt jetzt du eine kack müll scheiße genau genau so und nicht anders ich weiß genau so und nicht anders oh ja genau genau so und nicht anders so und in die Bahn auch noch rein ja ist ein bisschen knapp also die pickup die passt nicht ganz ja toll ich würde mal was austesten vielleicht haben sie das gepatcht leider so ist es nicht wenn das gehen würde dann wäre es natürlich game changer warte 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 was was denn ob geht äh die ballen jetzt rein in den stall es lässt sich das es wird wahrscheinlich jetzt eh nicht gehen das geht das geht nein ja also ich will ja mal so sagen ging auf der ding ist ja auch du hast ihn noch in eine falsche stelle reingetan nee ich schwöre das ging nicht auch ein bekannter youtuber hat es probiert es ging nicht ok also bei deinem kleinen stall ging es ja nein ging es auch nicht doch nein erst mit dem äh mit dem dings ging es du weißt du nach dem pet ne ich hab das da da reingetan ich hab deine strohballen das da reingetan ja du hast meine strohballen reingemacht mit meinem auflöser nein auch ohne wir hatten das problem mit dem auflöser aber du hattest doch den punkt dann nachgefunden äh für das mit dem auflöser rein zu machen ok ich mein das war auch ohne aber ok nö aber das ist natürlich das ist wieder leute das natürlich wieder mega also ich baue zwei folgen lang alles zu schwadern zu zettern bin aber gleich in einer wahrscheinlich durch mit pressen cool ist ja logisch naja weil du halt viel weniger dann aufsammeln musst jesss äh ist das klar nehmt das das gleich den zweiten ballen auch noch dick was ist das für ein kranker stall ah lol äh wo ist die tankstelle ne ist leer dicker Drescher gleich leer jaaa fast so einen meter vor der tankstelle wupp ne so glaube ich es noch nicht aber ich weiß noch ob ich das Feld noch schaffe also ne es ist diese 9000 auch noch an al da ja nur ganz auf der anderen seite der map in Sechsundzwanzigtausend Liter schon da drin. Oh, der ist die ganze Seite mit. Ach, da. Ja, Fabi, komm, Alter. Was denn? Die hast du bitte gestapelt, Digga. Die sind doch ordentlich. Ja, die sind aber ein bisschen zu hoch gestapelt. Hey, warum zu hoch? Du kannst doch drei oben abheben, das geht doch. Hm. Wenn ich sage, ich mach's nicht mit dem Beidemann. Ja. Schiebt es einfach die ganze Zeit rum, ne? Oh. Geht sogar ein vierter Ball rein. Alter. Das ist das, was ich gestanden. Ja, wäre ich aber auch für. Was? Also auch wenn dann die Ballen, die halt umkippen, scheiße wieder aufzustellen sind, weil dafür nutze ich das meistens. Aber, ja. Frage, geht das jetzt hier auch hier rein? Was hältst du davon, wenn du einfach aufhörst, die ganze Zeit die Ballen da reinzuschmeißen? Was halte ich davon, wenn ich das dich aufhöre? Ich werde dafür in einem starken Baum mal drunter werden, auch. Geh, hey, Hör. Geh, siehst du, du bist alleine. Oh, sie hat auch Jo gesagt. Du bist alleine. Oh, sie hat das nicht, oh, sie hat das nicht ernsthaft gemeint. Das ist doch einfach egal. Also wir müssen drüber sprechen sonst. Gut, mach das. Du weißt, unsere Freundschaft ist viel länger. Und? Also dann kannst du mich nicht hintergehen. Wo denn das bitte? Wo denn? Ich sag jetzt mal nix mit... Das kam nach der Folge. Oh, jetzt ist voll. Oder jetzt ist voll. Jetzt geht nichts mehr rein. Gut, ich weiß es. Das ist eh anpacken. Gut, bist du am Heufeld schon dran, Fabi? Nein. Du bist schlecht. Könnte es ja auch einfach zum Anfangen, die Ballen einzusammeln auf dem Anhänger. Äh, ich hab was anderes zu tun. Wo ist meine MF? Das ist so klar. Ich muss eben veraussieden, ihr nebenbei fahren. Ja. Ich fahre jetzt, dass wir tanken. Ich schlepp dich ab. Was? Ich schlepp dich ab. Ja, ein paar kleine Massenforschkehren. Genau. Ja, jetzt hast du zu tun, drückt, äh, gibt, drückt er sich. Das ist... Äh, warte mal, was haben wir denn sonst noch zu tun, Leute? Er gibt nur Geld aus. Oh, eine Seemission, Leute. Für 13,5-Ticker. Ich weiß, irgendwas gibt, wo er was mit, äh, machen könnte, dass wir irgendwann Geld verdienen. Nein. Wollen wir mal austesten, ob der 22er das besser geregelt hat mit den Servern? Was mit den Servern? Das wäre, du nimmst den Server offline, dass die Mission immer noch da ist? Ja. Können wir austesten, oder? Ja, ja. Hab'n neuen Schlepper. Alter, was ist das für ein Ding, Junge? Was ist denn jetzt ein Schlepper? Das ist ein Oschi, Alter. Ach so, diesen Rossel-Mann, ey, das Ding, Alter. Ja, genau, Rossel-Mann. Nee, Rossel-Mann. Eigentlich ne Kondor, Leute. Eigentlich... Alter, Pipapo! Ja, genau so. Aber ich fände... Ich fände es... In zwei. Ich fände es aber gut, Leute, dass... Alter, der Spawnpunkt von den Geräten, Fabian, den hättest du wirklich besser machen können. Das ist halt wirklich so. Das ist schon ein bisschen... Ja gut, das könnte ich besser machen, aber habe ich halt einfach 1,2,1 übernommen. Ja. Es ist einfach so, kontrolliert die Maps, doch vergleich sie miteinander. Es ist alles identisch übernommen. Ich hab' noch einen Street. Ich hab' noch eine Textur anders sehen. Sehr gut, die Textur, da kann ich nichts für. Ja, guck, 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 guck. Hab' jetzt nicht jede kontrolliert. Au. Hier wird alles ausgeschnitten, dann die Texturfade einigermaßen angepasst, sodass es... APPA! ...und das war's. Was? Ist Hunger? Alter, das Ding, nur gerade so zur Info, Leute. Geil ist, wenigstens an den heutigen Missionen gibt es GPS. Ja, ähm... Ähm... Ja. Äh... Ich sag' jetzt mal nichts bei dem Auto, da, wo in dem Band drin steckt. Ja. Und nur der Motor rauskommt. Haben wir am Hof, wo gibt es so eine Dünger-Saat-Bett, äh, Scheiße? Ja, aber kauf das Ding bitte nicht voll, weil dann sind wir pleite. Okay, vollkaufen, alles gut. Ja, klar. Du könntest nicht mal vollkaufen, so viel Geld haben wir gar nicht. Also, im Umkehrschluss, ich glaube, für die Mission braucht das doch kein Dünger, oder? Weiß nicht, ich kaufe nicht. Äh, wenn du nicht voll... Äh, also wenn du nicht Helfer laufen lässt, ja. Ach, Alter, das Ding fährt nur 27 kmh. Naja, welches Feld denn? Was machst du denn? Äh, Feld 53. Seht ihr, das bringt auf. Ach, ihr, ja. Ja, voll. Ich bin der Meinung, wir brauchen keinen Dünger. Okay. Äh, Saatgut wollen wir nicht vollkaufen, nein. Wir wollen 5000 Liter kaufen. Oder tankt jemand, kann das sein? Nein. Auf die Idee. Weiß ich nicht, das Geld wird weniger. Der ist also gekauft, weil, äh, Saatgut. Nee, das kannst du nur einmalig kaufen, deshalb ging auf einmal 5000 Euro weg. Bro, warum kann ich denn hier nicht befüllen? Naja, ja, ja, also die Ostergarden. So, Abfahrt. Barbie? Da kann ich nichts für, das ist Giant. Haha. Das ist so cool. Barbie? Das ist... Aha. Jetzt. Weiß ich, das ist extra so ein Symbol, wo du befüllen kannst, ne? Ja, aber man muss die scheiß, äh, Planer aufmachen. Ja, logisch. Wow. Ich will zwar gar nicht, wenn du das in der ersten Maß für die Planung zuhörst. Äh, also Ossi, komm mir bitte nicht entgegen, weil ich... ...wär ein bisschen zu breit hier. Ich auch. Er hat nur Angst, der Typ. Der ist verhandelt. Ja, siehst du ja auch mal rechts das Auto, wo in der Wand drin steckt. Ja, links hat er... Geh'n, Junge! Die ist in der Fabrik drin, Junge! Ja, ja, ja. Welcher Fabrik? In der Bäckerei oder was? Hat er auch... Ah, kein Meter weißt du aus. Ja. Warte. Ihr seht so scheiß Holzplatten. Ich hab' hochgeschalten. Und jetzt wieder hochgeschalten. Ja gut, in der Molkerei, da hab' ich halt nicht geguckt, ob da welche sind. Also, die hab' ich halt nicht weggemacht. Ich hab' die Molkerei einfach dahin platziert. Das ist schon mal eine Schuld, aber... Einfach schlecht. So oder so, da ist schon... Ah, das Feld hatte ich im 19er Lothar. 27. Und die 26, die hatte ich auch. Aber... Aber... Schärg' hier. Aber, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wenn's euch war... ...dann nicht vergessen, aber... ...lassen wir uns noch mal den nächsten Mal vorbei. Schauen. Und ich sage... Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hallo!